Hallo, ich würde Ihnen wahnsinnig gerne mal was zeigen und zwar den hier. Den Skoda Scala. 4,3 Meter lang, 1,4 Meter hoch, 1,9 Meter breit. Kompaktklasse. Auch Klasse? Red Dot für Produktdesign. Erstaunlich, was man in so eine Kompaktklasse alles reinkriegt. Ein Kind, zwei Kinder, vielleicht noch dazu ein Jugendlicher? Überhaupt kein Problem. Okay, zugegeben, bei den Kollegen hier wird es schon eng. Die brauchen Sie aber auch gar nicht mitnehmen, denn der Skoda Scala kommt mit einem 1A-Infotainment-System. Navi, hier Parkpositionsanzeige, Gestensteuerung und Soundsystem mit Subwoofer. 405 Watt. Alles ganz easy mit dem Smartphone verbunden. Auch richtig praktisch? Die zwei Zonen Klimaautomatik. Kalt, warm, eiskalt, wärmer, richtig kalt. Weiß. Weiteres Highlight gefällig? Panorama-Glasdach. Da gibt's immer was zu sehen. Und dann sind da ja auch noch die LED-Frontscheinwerfer, elektrisch einstellbare, beheizte Seitenspiegel, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, getönte Scheiben, LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern. Und wo ich hier gerade schon mal stehe, schauen wir doch mal zusammen in den Kofferraum. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was hier alles reingeht. Ja, all das hat der Scala. Und noch viel mehr. Schauen Sie noch selbst mal an. Skoda. Simply clever. Lohnt sich.